die begrifflichkeit muttersprache und die sprache die man spricht die sprache mehr noch in der man denkt und fühlt gefühle ganz tiefe gefühle die haben keine sprache die sind sprachenlos wer die auch irgendwann feststellen für die innerste sprache des menschen braun unbedingt laute bilden zu können muss er nicht unbedingt für die sprache des menschen genügt es ganz einfach das zu sein was man nämlich ist mensch sein aber die sprache die man spricht oder wenn man eine sprache spricht erleichtert sehr vieles mit anderen menschen handel zu betreiben mit anderen menschen klar zu kommen oder anderen mit menschen mitzuteilen was man für sie empfindet oder auch weniger empfindet das zusammenleben läuft bei weitem einfacher wenn man eine sprache unter menschen benutzen kann und sie wohl formuliert und gut formuliert dann auch wieder geben kann es erreicht auch sehr vieles zu anderen menschen mit denen man nicht klarkommen oder erkennt man kann mit denen nicht klarkommen kränzen aufzuweisen zu manchen menschen muss man leider kränzen aufziehen ist leider so weil diese anderen menschen jetzt aus meiner sicht der ding sehen der ein oder andere von euch macht er vielleicht irgendwie die sache anders herum sehen sei ihm überlassen wirklich von meiner seite sei ihm das überlassen wenn er das irgendwie andere worte für das findet wieso halt gewisse menschen halt so andere menschen nicht leiden können ja hier spricht von ich spreche gerade von nicht leiden können das heißt jetzt endlich dass man sich gegenseitig wehtun würde wenn man zu lange und zu intensiv miteinander kontakt hätte leiden können hat den wortstamm oder die sinnlichkeit dass man sich einander nur leid zufügen möchte das ist der sinn dahinter wenn jemand nicht leiden kann heißt also viel bitte bleib außerhalb dessen oder ich ziemlich so weit zurück von dir weil wenn wir uns zu nahe kommen oder wenn man zu lange miteinander kontakt haben werden wir beide leiden weil es ist auch schon alles grundgesetz ja zwischen menschen oder in der natur allgemein alles muss in der vage bleiben soll nichts anderes heißen wenn der andere mir wehtut werde ich dem auch wehtun durch dem anderen gut versucht er mir erstmal auch vielleicht gut zu tun es heißt nicht immer gesagt manche menschen sind so drauf dass sie gerne andere menschen ausnutzen sind eher ich menschen und nutzen andere menschen gern aus aber das brauche ich im augenblick nicht zu entschuldigung das war wiederum die falsche zeitform das hätte euch wenn ihr in meinem alter jetzt wärt damals wie ich noch kleines kennende oder junger war nicht so weiter interessiert braun heute sagen muss euch das auch schon interessieren müsst leider wenn sie viel wissen weil er gar nicht ahnen oder wissen könnt vieles hat sich jetzt die letzten 50 60 jahre zu negativen dingen verändert in dieser unserer welt nicht nur in deutschland das war ja gerade meine katze saß hexe hexe ist eine ganz liebe katze sie ist jetzt im jahre also ein paar stunden später wieder anfangen dieses video kleine unterbrechung ich erzähle ich erstmal ein bisschen was überhängt so weil hexe ist wie gesagt eine ganz liebe katze so ist man auch sehr nah an meinem herzen ich versorgste ja hier in meiner wohnung sieht es nicht so besonders schön aus muss ich leider zugeben mit euch das überlassen wir in ein schöneres zuhause der hand des sauberhaltes gepflegt ein schönes zuhause schön sauber schon groß rollig macht mehr spaß als da wo ich jetzt hier gerade lebe hexe ist eine ganz liebe katze so ist das jetzt also 2018 kam sie aus dem wurf das war glaube ich im juni muss um den 20 juni ist glaube ich geborgen worden von ihrer mutter katze mit insgesamt wieviel anderen ich glaube sie kamen mit drei vier oder fünf anderen ketzen oder keten nennt man das in dem fall so jungkatzen nennt man keten kamen zur welt ob sie jetzt die erste war irgendwo in der mitte oder die letzte katze war die da geworfen wurde von ihrer mutter katze nennt man so bitte missversteht mich nicht lasst euch das von euren anderen erklären wo da warum da vom wort her andere worte benutzt werden als bei menschen menschen werden ja geboren aber haustiere oder tier werden geworfen das ist natürlich letztendlich derselbe vorgang bei säugetieren also die katze ist ein säugetier der mensch die spezies mensch ist ein säugetier warum man das jetzt bei menschen geboren werden nennt und nicht auch entwurf oder wie auch immer ich habe das selber so manchmal meine komplikation warum man ausgerechnet bei so anderen säugetieren außer bei menschen das anders an den türen bei menschen selber aber ist so die wortfahl ich habe zwar eine erklärung dafür warum das manche menschen also gern machen tiere haustiere mit anderen worten zuzudecken als man es beim menschen tut da ist man schon gleich kann es auch gerade durch den sinn erklären aber genießen wir erstmal also besser gesagt ich genieße erstmal meine katze tut mir gut wenn ich meine katze gestrahlen kann meiner katze tut es gut wenn sie von mir gestrahlen wird katzen die spezies katze oder die art katze ist raubtier ja die raubtier sind zwar wuschelig aus sind auch sehr knüttelig sind auch sehr zahm domestiziert nennt man das haustiere sie sind an den menschen gewöhnt und brauchen damit deshalb sind sie auch liebe tiere also nicht zu verwechseln mit wildkatzen oder großkatzen wie löwe tiger panda wenn ihr euch damit nicht auskennt kinder bitte lasst die finger von großkatzen oder wildkatzen entfernen die sehen zwar auch kuschelig und lieb aus wie meine kleine hauskatze aber die sehen euch lediglich wie was ihr in einem hotellabrot seht katze dagegen mit der kann ich spielen die tut mir nix weil die mich halt sehr 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 mag und von mir abhängig ist ansonsten würde ich mich genauso behandeln wie wahrscheinlich statt eine großkatze machen würde ach da kommt ja eine lecker fresschen da vorbeigegangen ach jetzt will das lecker fresschen mich auch noch opa also sehr feucht erst wenn ihr erwachsen seid beziehungsweise wenn ihr euch wirklich damit auskennt mit großkatzen oder wildkatzen dann könnt ihr euch vielleicht getrauen aber lasst so sein wenn ihr keine ahnung davon habt bitte lasst die finger davon bitte warten mit zu viel und dann schlacht mich nachher doch eure ellen an wenn euch ein leis geschieht nur weil ihr mal ein video geguckt habt und ihr es dann so interpretiert die dürfte lasst es bitte sein katze ist katze tiger panda löwe ist was ganz was anderes was ganz was anderes ist ein kuschel das sieht zwar vielleicht auch kuschelig aus aber bitte lasst die Finger davon super mit den Tieren wenn ihr nicht wirklich bis wieder damit umgehen sollt nur da 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 tut so viel naja katze genießt hab das gehört das will ihre sprache mit zu teilen mir gehts gut aber die katzen sprache zu verstehen ist sehr schwierig für mich da spielt sie ein bisschen mit meiner hans gesammelt ein bisschen dran das sind liebesbisse also das wird ganz was anderes wie zubeißen so und das spielt nur das zieht ihre krallen ein sie knabbert nicht also das beißt nicht wirklich tut mir nicht wirklich weh achten sie dann braucht mir nicht wirklich weh zu tun da muss ich zwar auch so ein bisschen beherrschen mit ihrer krallen mit ihrer reißen aber sie macht nicht gern weil sie mich unheimlich gern holt weil sie halt meine haustier ist und sie sieht nur so gefährlich aus das ist muss man unterscheiden Katze ist Katze und wenn man seiner Katze gut tut dann hat die auch keinerlei Antrieb irgendwie auch was tun ansonsten ist es sehr wohlraubt hier also wenn ihr euch so eine kleine Katze mal zulegen solltet die kennt man nicht die kennt man nicht wie man mit Menschen umgehen muss